Oh, guten Abend. Ach, Sie waren ja sicher auf den Vorstellungsbeginn, oder? Entschuldigung, ich bin gerade so stolz. Ich muss Ihnen das eben erzählen. Ich denke, die meisten von Ihnen werden mich kennen, oder? Obermann vom Kulturamt Gelsentrop. Und das hier ist die Bewilligung für mein Chorprojekt. Ich habe das Auge, wie ein großer, bunt gemischter Chor das Geburtstagstädtchen anstimmt. Und an den Ohren habe ich es auch. Zum Geburtstag, wir blühen! Zum Geburtstag, wir blühen! Wir kommen aus Herne, wir haben den ersten Teil gesehen. Es war sehr schön und wir freuen uns schon auf den zweiten Teil. Ich bin der so brav, Paestro! Gewissst du denn mit Herne, hä? Ja, nix, Herne. Ich bin der Manni. Manni, mein Mann! Wie heißt es? Und was soll ich denn hier sagen? Was ist der Käthe? Ich bin der Richtigkuss von der Verunkel. Herr Verunkel auf den Stimmbändern. Er ist sehr witzig, sehr unterhaltsam. Spaß, Spaß anzuschauen. Können wir nur empfehlen. Oh, wir Bürger, Schwestern, Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten, wie die Jungen, tun wir, tun wir denn dazu. Ja, okay, hallo Leute. Ich habe schon den ersten Teil gesehen. Ich bin jetzt gerade in der Pause und finde ich nochmal nach wie vor. Happy Birthdays, Brüder, Schwestern, Brüder. Happy Birthdays, Happy Birthdays, Wir kommen zu uns. Untertitelung des ZDF, 2020